Das ist auch Deutscher Mühlentag. Das bedeutet, dass die ganzen Mühlen, die es bei uns in Deutschland so gibt, für einen Tag geöffnet haben. Und Schaulustigen einfach zeigen, wie da gearbeitet wird, was da entsteht und so weiter und so fort. Möglich ist das übrigens auch in Reichesheim, in der Herrenmühle. Das ist eine Mühle, die schon in 6. Generation betrieben wird und seit 1867 in Familienhand ist. Momentan in der Hand von Rainer Feig, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie bei uns sind. Sehr gerne. Mühlentag, wie viele Besucher erwarten Sie da? Naja, mehr als bei uns im Ort wohnen. Wie viele wohnen bei Ihnen in Reichesheim? Naja, das kommt darauf an, ob man jetzt nur die Kerngemeinde sieht oder eben die einzelnen Gemeinden noch rundherum. Aber so viel würden wir gar nicht bei uns in die Halle reinbringen. Man muss ja auch immer gucken, wie das Wetter ist. Momentan ist ja, habe ich vorhin gehört, relativ gut gemeldet. Aber wir sind mal optimistisch und warten mal ab. Was wird den Leuten geboten? Wir haben Kutschfahrten rund um die Herrenmühle. Wir haben eine Hüpfburg halbstündlich, Mühlenführung, Kinderschminken, das Ladengeschäft ist geöffnet. Odenwälder Direktvermarkter kümmern sich um Essen und Trinken. Aber man kann vor allem auch sehen, wie die Maschinen arbeiten, oder? Ganz genau. Und dann wird dem einen oder anderen ja eventuell sogar auffallen, dass Sie nicht irgendein Korn vermahlen, sondern besondere Sorten. Was für Sorten sind das? Ja, wir haben uns so ein bisschen spezialisiert, nicht auf den ganz normalen Weizen, sondern auch alte Getreidearten, Urgetreidearten wie Dinkel, Emmer und Einkorn. Wir haben hier eben die Nischenprodukte, die wir hier mit verarbeiten in allen möglichen Varianten. Sie haben uns ein bisschen Brot mitgebracht, das aus Mehl gebacken wurde, das bei Ihnen gemahlen worden ist. Was sehen wir da genau? Ganz genau. Ist das auch so, das ist normales Toastbrot, oder? Das ist normales Toastbrot, das ist von einem Bäcker bei uns in der Region, der macht aus Dinkel und Hafer eben dieses Toastbrot. Ich selbst bin ein Dinkel- und Hafer-Fanatiker und mir schmeckt das Toastbrot sehr lecker. Wenn es jetzt noch getoastet wäre, wäre es natürlich noch besser. Dann wäre es noch besser, aber es schmeckt ganz anders als das Toastbrot, das ich sonst esse. Genau. Also hat Bums. Und dieses Kleine hier, was ist das für eins? Das ist von den Brötchen, das ist Kartoffelmehl mit drin, auch wieder dieser Dinkel. Und man hat halt eben so ein bisschen die Kartoffelnote mit dabei. Sollte haben. Jetzt muss ich sagen, ja. Aber nein, wirklich schön, sehr herzhaftes Brot. Da merkt man einfach, da steckt irgendwie was hinter. Das ist nicht so eine Massenware, sondern man wird wahrscheinlich auch satt von. Ist mit Herz gebacken und man wird satt und hält länger satt wie andere Produkte. Wie ein Toast vom Discounter. Genau. Wie viel Mehl machen Sie jeden Tag so? So im Durchschnitt 1.000 bis 2.000 Kilo am Tag. Also wir sind eine sehr kleine Mühle im Vergleich zu anderen. Größere Mühlen arbeiten im Betrieb am Tag über um die 400 Tonnen. Und wir machen 1 bis 2 Tonnen. Und das, wie wir vorhin gehört haben, schon in 6. Generation, seit 1867 in Familienhand. Kam für Sie mal jemals was anderes in Frage, als Müller zu werden? Nein, noch nie. Das war für mich schon immer klar. Die Mühle will ich weiter erhalten. Ich will den Mühlenbetrieb weiterführen. Nicht nur die Mühle an sich, sondern auch eben den Betrieb, das Handwerk. So lange wie möglich, genauso wie es bei uns historisch behandelt wird, genauso will ich es weiterführen. Warum? Was hat Sie an diesem Job begeistert? Einfach der Umgang mit dem Getreide, der Geruch, die Geräuschkulisse in der Mühle. Das ist einfach jeden Tag für mich eine neue Faszination. Und die Geräuschkulisse, die hat es ja im Zweifel zwar in sich. Es kann ganz schön lauter werden, gell? Jawohl. Also es ist nicht so, ich sage mal malerisch wie in einem Lied. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Also es ist schon richtig laut und Lärm. Es ist schon richtig Lärm, aber dann schläft man auch nicht ein. Das ist richtig. Wir haben gerade ein Foto eingeblendet. Vielleicht können wir es noch mal ganz kurz zeigen. Das sind Vater, Großvater, Urgroßvater? Ganz genau. Von links nach rechts ist das der Philipp Feig III., in der Mitte ist Harald Feig, das ist mein Vater, und rechts ist Philipp Feig II., mein Urgroßvater. Und Sie waren ja noch nicht geboren? Nein. Die Mühle, die Sie da haben, das ist ja wirklich eine alte Mühle. Das sieht man an den Gerätschaften, die da sind. Träumen Sie manchmal von was Modernem? Die ersten Überlegungen waren, wie ich auf die Mühlerschule gegangen bin und von allen Klassenkameraden gehört habe, wie modern und computergesteuert die Mühlen sind. Da waren Überlegungen da, aber letztendlich, wenn ich dann in der eigenen Mühle stand und es war einfach für mich diese Mühlenromantik mit Lederin und Transmissionsantrieb, das war einfach für mich die Faszination, was mich da gleich wieder weggebracht hat von dem modernen Gedanke. Und jetzt wird das richtig gelebt, diese alten Geräte, die aber im Zweifelsfall ja auch irgendwann mal kaputt gehen. Was dann? Also ich meine, gibt es überhaupt noch Reparaturdienste oder müssen Sie das alles selber können? Das ist bei uns auch noch altmodisch. Die heutigen Mühlen haben ihre Techniker, die Reparaturen durchführen. Ich habe es vom Opa noch so gelernt und vom Vater, dass man eben selbst repariert. So kann ich halt auch selbst mit Schraubenschlüssel umgehen und kann selbst schweißen. Und so werden die Maschinen eben längstmöglich instand gehalten. Früher sind die Maschinen auch so gebaut worden, dass man eben selbst Hand anlegen kann und Kleinteile austauschen oder ausbessern kann. Natürlich gibt es auch Sachen, die eben nicht auswechselbar sind. Aber als kleines Beispiel habe ich hier mal einen Antriebsriemen mitgebracht. Der ist aus Leder. Der wird behandelt, dass er eben nicht spröde wird. Und das Einzige, was an so einem Riemen sonst passiert, ist, dass er meistens im laufenden Betrieb abreißt. Und dann kommt eben so ein Verbinder mit, wird mit eingeschlagen auf den Riemen mit beiden Enden. So, dass man dann den Betrieb eben schnellstmöglich wieder fortführen kann. Aber gibt es sowas wie einen Markt für Ersatzteile, für Mühlen? Genau sowas gibt es eben nicht mehr heutzutage. Die Firma, der Hersteller hat aufgehört. Und dementsprechend sind wir eben froh, oder ich bin froh, dass mein Vater und mein Großvater eben immer, wenn irgendwo eine Mühle aufgehört hat oder so Teile auf den Markt gekommen sind, die mitgenommen haben und daheim gelagert haben, damit wir im entsprechenden Fall darauf zurückgreifen können. Dann hoffe ich, dass Sie noch ganz viele Ersatzteile haben, die Sie im Notfall einbauen kann, damit Ihr Mühlenbetrieb in Reichelsheim noch möglichst lange besteht. Die Herrenmühle macht auch mit beim Mühlentag am Pfingstmontag, meine Damen und Herren. Um wie viel Uhr geht es los? Ab elf. Ab elf. kann man vorbeigehen und da wirklich gucken, wie der Müller heutzutage in einer alten Mühle Mehl malt. Ganz genau. Wir gehen rüber, was essen.